Sterbt ihr mal? Danke. Was bringen wir die Goldbahn überhaupt? Du kannst dir nichts davon kaufen. Gar nichts. Ja. Toll. Halt die Fresse und stirb. Erstmal so freundlich. Solaris, war das nicht in irgendeinem Spiel eine Währung? Stirbst du bitte mal? Mua! Ja, ja. Ich weiß schon, ich halt nix aus und die Gegner ewig fiel. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt treffen würde. Ich bin mir sicher, dass Solaris in irgendeinem Spiel Ich fliege lieber weiter. Eine Währung waren. Meine ich mich zumindest so zu erinnern. Ach, jetzt sind sie mal wieder zu zweit. Schön. Oh, es gibt schon brauche eine Art Zielsuchende Raketen. Aber ich bin eine bestimmte Art. Ich würde gerne das Shield mitnehmen. Ruhe hier. Ich bin nämlich hier der Boss. Schieße einfach mal alles kaputt, was mir über den Weg läuft. Und dazu brauchen wir keine Story. Das Spiel ist nicht dazu ausgelegt. Ich war schon um die Wand rum, oder? Hier gibt es keine um die Wand rum. Leck mich. Das ist irgendwas Blaues. Keine Ahnung, was das wieder macht. Aber ich nehme es halt mal mit. Vorsicht vor Rapfstürze in den Felsen. Und wo kommt der Gegner hinter mir jetzt schon wieder her? Was soll denn der Mist? Und was will er von mir? Ich habe ihm auch noch gar nichts getan. Das ist nicht nett. Ich würde sagen, ich speichere jetzt. Aber irgendwie ist das sinnfrei. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Bitteschön. Nichts. Wie meistens. Entwickler denken oft nicht so nach, wie man es erwarten könnte. So, und da da hinten irgendwie Feuer ist. Und ich auch keine Ahnung habe, was ich gegen... Ja, komm schon. Fick dich. Was will er? So eine Beschädigung. Moment. Sollte man vielleicht ein bisschen lauter drehen, dann versteht man das auch mal. Äh... Was ist das? Keine Ahnung. Jetzt höre ich irgendwas anderes. Bin mir aber nicht sicher, ob... Oh Gott, das ist ja grauenhaft. Das ist ja grauenhaft. Moment. Was ist das eben wieder? So... Damit der Feiner her zufrieden ist. Stirb doch! Ich hasse dieses Spawnen dem Gegner immer. Treffe ihn halt nicht mal. Zum Kotzen. So, Projekt wird abgebrochen. Keine Lust. Ach komm, stirb! Ist ja genauso scheiße wie der Boss in... Dieser N2. Endboss. Einen der beiden Endbosses. Skullend raus, die waren beide scheiße. Was war das denn? Das war auf jeden Fall ziemlich lumpig. So von der Explosion her. Spawn da einfach. Das ist doch scheiße. Ich bin gleich schon wieder tot, weil ich das Ding nicht mal treffe. Ich soll es auch treffen. Es bewegt sich viel zu schnell. Ja, ist gut. Beziehungsweise die Kugel fliegen viel zu langsam. Kann man doch nicht schneller fliegende Kugeln einbauen. Ich will es immer hasse, wenn die Projektile immer so ewig langsam fliegen. Und egal, worüber er hinstimmt, betrifft deswegen immer nichts. Was ist das für eine unsichtbare Scheiße da überhaupt immer? Was ist das denn? Das ist eine Lava-Linie. Möglicherweise. Ich lebe noch. Oh, jetzt bin ich tot. Toll. Vielleicht fliege ich einfach mal durch, wenn ich da hinten durchs Feuer fliegen kann, was ich fast ein bisschen bezweifle. Also darf ich gleich wieder neu starten. Hey, toll. Tolles Spiel, wirklich. Ich bin begeistert. Wozu baue ich eine Speicherfunktion ein, die nichts bringt? Das ist genauso scheiße wie diese ganzen... Du kannst nur ein Checkpoint speichern, beziehungsweise nur ein Spielspeuchel für dich spiele. Ja. Da hinten komme ich also nicht weiter. Das heißt, ich muss irgendwie die Gegner töten. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung für Stickantwort? Ich bin auch egal. Das wird ein sehr langes Let's Play wieder werden. Na gut, mach mal eben den Plan. Na komm schon, jetzt treff das Ding doch mal. Ne, nicht bewegen. Jetzt ist das Feuer einfach aus, oder wie? Ja. Warum auch immer, es ist einfach so. Frag nicht, es ist so. Schön. Och nö, was ist da denn jetzt noch? Restart-Position, ja, die bringt mir jetzt gerade so viel in die Restart-Position. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne die machen könnte, sollte, möchte. Garfittin überhaupt? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Spielstelle sind lieber ein guter Spiel, wie keine Ahnung. Obwohl ich fast Final Fantasy VII sagen. Aber das wäre zu vieles Gute gewesen. Oh nein, das werde ich nicht mal Let's Playen, wenn die PC-Version Freeware wird. Weil das Spiel ist scheiße. Genauso wie Diablo 2. Warum Let's Play ich gleich nochmal Diablo 1 mit... Warum will ich gleich nochmal Diablo 1 Let's Playen? Mit den Finio. Ähm, ich glaube, das muss ich mir nochmal überlegen. Aha! Wo kommst du denn jetzt her? Kannst du einfach so kommen? Och nö! Tut du das? No, dass ihr lauter Gegner sind? Warum versuchen die nicht zu fliehen? Warum versuchen die nicht zu fliehen? Das ergibt keinen Sinn. Von nur ein logisches Spiel. Ich sag ja, scheiß spielen. Ich könnte mit noch einem anderen Fahrer holen. Ich könnte mit jedem Fahrer, auf jedem Level, auf jeder Schwierigkeit durchspielen. Nein, nein. Nein. Change Bike, so wollen wir. Ähm, nein. Was soll ist das? Versuchen wir damit. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber es sieht ganz lustig aus. Es sieht gut aus. Mehr muss man nicht wissen. Es ist auch schneller und so. Vielleicht bringt mir Geschwindigkeit was, ja. Geschwindigkeit bringt tatsächlich mehr als gedacht. Ha! Wie ich abgehe, ha? Ich einfach den ersten Raum mal komplett ohne Schaden mache. Und den dritten Gegner auch. Äh, den fünften Gegner ist das ja schon. Fünfte Gegner! Der jetzt mal langsam stirbt. Danke. Back up. Ich glaube, ich ballere mal da hinten ein wenig drauf. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Ah, okay. Was auch immer das bringt. Ich kann irgendwas kaputt schießen. Mehr muss ich nicht wissen. Hauptsache in die Luft gesprengt. Was? Vielleicht bekäme ich dann da Waffenenergie oder so. Keine Ahnung. Was ist besser, ich spreng's mal in die Luft, weil... Solaris. Solaris. Woher kenne ich das? Guck mich schon jetzt so an. So, ich brauche ein wenig Streuung. Sus! Sus. Sei es doch so, ihr Idioten! Oder SOS. Das ging auch, aber doch nicht Sus. Hauptsache Streuung. Hauptsache 255 Schild. Ich kann nicht mehr Schild haben. Hm. Da hat wohl jemand einen 8-Bit-Wert als maximales Schildenergie gesetzt. Soll ich denen ausweichen? Geh doch auf Distanz. Da triffst du dich noch viel besser auch. Also da liebst du immer noch. Hat er dich doch getötet, die tötigt. Weißt du? Ich war doch hinter der Wand. Ach, leck mich. Wo sind die Tür? Uns ne Wand. Wir schießen einfach durch. So, jetzt hab ich wieder nur diesen schwulen Kacklaser hier. Ne, Plasma, Waffe, was auch immer das ist. Ah, lass mich doch einfach durch. Na super, ich muss ja erst heute Waffen beholen, dann will ich eine Chance gegen das Dicken. Ah. Ein Scheißspiel. Und ich kann nicht speichern und laden. Ist natürlich super für ein Let's Play. Hab ich ja schon mal erwähnt, ne? Ja, ich seh, die kommen, dass ich nach zwei Stunden hier immer noch nicht hausen bin. Und ja. Ist die jetzt Ziel suchen oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, ist beeindruckend eh nicht sonderlich. Ist ja nicht einen mit großen Knallen. Wow, toll. Hab nur zwei Leben für gebraucht. Und verschwittert mein ganzes Schildenergie. Geh sterben. Gib mir Schild. Gib mir auch nochmal Schild. Nein. Rassist, rassistischer. Rassistischer. Gibt mir Unverwundbarkeit. Noch besser. Warum gibt's denn mir keine Unverwundbarkeit? Nur weil ich nicht schwarz bin. Voll rassistisch. Ah, die Steine sind ja auch noch da. Diese großen Felsbrocken, die vom Himmel kommen, machen wir Schaden. Vom Himmel. Ja, man sieht den Himmel. Also oben, so sieht der Himmel aus, ne? Ja, ihr seht ihn nicht in Realität, weil er von Schemtrails verdeckt wird. Aber das ist denn in Wirklichkeit der Himmel, ne? Also wie er ohne so Drogen aussieht. Also, ihr wisst schon, ne? Tun wir mal ein. Ich weiß nicht, was das ist, aber es gefällt. Ich hab beides. Und das war's schon wieder. Hey, wir sind da, wo wir schon mal waren. Wuhu. Das wird bestimmt ein spannendes Let's Play. Noch spannender als Season 2 auf Insane. Stimmt, bei Season 2 auf Insane hab ich da wenigstens Fortschritte gemacht. Ja, ganz toll. Was soll ich da machen? 2 Milliarden mal alles totschießen und hoffen, dass ich irgendwann Glück habe und durchkomme? Oder wie ich die Stelle da so genau gedacht. Hättest du die Freundlichkeit... Ach, da ist ja noch ein Turm. Wir haben ja noch gar nicht ausgeschaltet, richtig. Ganz vergessen. Und mal sehen wir so. Das war nicht so effizient, aber er wird schon irgendwann sterben. Der hat auch mal sterben würde. Grafgon. Was macht die? Die explodiert. Toll. Noch eine weitere nutzlose Wache. Haufen nutzloser Knall, finde ich hier. Gibt's ja auch mal irgendwas Gutes. So eine Art Earthshaker. Ja, so ist gut. Bleib so. Bleib so bleiben. Sehr schön. Fein ist halt das. Wir nehmen ein bisschen Shield mit und Munition und so. Fliegen jetzt ganz langsam da runter und ratieren erstmal die Panzer aus. Ja, schießt du nur. Und du stirbst bitte mal. Er ist tot. Okay. Kommt noch gleich noch ein Dritter, oder? Na ja, wenn der jetzt mal die Freundlichkeit hätte, der dann wieder zu kommen. Ich, ich komm nicht mal. Ich finde das Loch gerade nicht. Ist immer ärgerlich, wenn man das Loch will, aber es nicht findet. Ich wusste doch, da kommt noch einer. Ich hab's nur nicht gemerkt. Ich bin nämlich voll schlauert, ey. Da unten liegt wie immer in der Beschreibung. Ich hab keine Waffenenergie mehr. Toll, und jetzt? Ich hab keine Waffenenergie mehr. Ja, ich kann auch einen Schuss ab... Lächerlich ist das denn? Ich hab ihn getötet ohne Munition. Nennt mich gut. Was bist du denn? Er hat 2050 gediebstahl als Schnitt, äh, 2040 und eher. Egal, ich hab wieder Munition. Mehr Zellkraft nicht. Ich wollt da wegen Schild vielleicht. Oder noch einer? Keine Ahnung. Ja, komm. Was? Ja, setzt mich direkt vor die Gegner, aber ihr Arschgesichter. Das heißt, ihr lasst live. Das ist ein letztes Leben, ist möglicherweise. Geht's noch? Einfach mal gut hier. Ich muss da wieder mal die ganze Munition verballern. So, jetzt stirbst du bitte mal. Du, was auch immer. Schau auf, zieh, Männchen. Ich nehm erst mal alles mit, was da so rumliegt. Und dann... Das kann ich schon aber nicht mitnehmen. Jetzt zurecht ich erst mal den Ausgang. Äh... Ausgang. Gibt's hier auch einen Ausgang? Da bin ich reingekommen. Och, und wo geht's da jetzt raus, bitte? Hallo? Ach da. Och, nö. Noch mehr enge Gänge. Und Goldbahn. Was auch immer mit die bringen. Hm, die sind schneller. Schön. Schnelle Rakete. Da treff ich vielleicht auch mal was. Oh, die sind sogar leicht zufuhren, so wie ich das richtig... Nein, sind sie nicht. Ich hab übrigens bei meinem letzten Leben angekommen. Inzwischen bin ich... Ähm... Ich nix Deutsch-Satz können. Bau. Technisch. Ich kann so gut Deutsch, wie ich hier was treff. Stirbst du bitte mal. Oder du. Ja. Sehr schön. Wenn sie mich ständig bewegen würden, würde ich auch mal was treffen. Und die sind nicht Ziel suchen. Warum versuch ich immer wieder? Damit treffe ich sogar mal was. Cool. Und ich bin vielleicht tot. Ah, ist ja noch einer. Och, komm. Kommt der jetzt schon wieder her? Ja. Wie spannend. Wir dürfen das alles nochmal machen. Hey. Ja. Moment. Gut, dass ich noch erst knapp eine Dreiviertelstunde aufnehme, ohne jeglichen Fortschritt zu machen. Die sind zweitig. Da locker schon wieder ein Level geschafft. Oh, hier kann man ja nicht speichern und laden. Ich verstehe, ich soll immer noch nicht, warum sie Entwickler irgendwas einbauen, wo es dann total scheiße ist. Gut, ich verstehe, ich soll nicht spielen. Ich soll bitte mal sterben. Ja. Ja. Super. Wunderbar. Läuft ja gut. Es läuft total super gut. Der Raketen, mit dem man nichts trifft und Gegner die zwei Milliarden Schüsse aushalten. Wunderbar. Oder ist das Ding für die Golddinger verantwortlich? Keine Ahnung. Super, ich habe schon wieder kein Schild mehr. 32 Schild, hey, toll. Das ist irgendwie so, als wenn ich mich angeben würde, weil ich 32 Kilobyte Speicher in meinem Rechner habe. Yeah, Solaris. shared ist irgendwie nicht eine Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal bei mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Philipp presents. Hani- Musik